Ja ihr Lieben, ihr seht es, das Wetter heute wieder, ich habe es gerade so geschafft, hat gehangelt, gerade wie Sau, jetzt regnet es, ja, so rum, ich würde sagen, so finde ich das Wetter schön, nochmal die Kamera ein bisschen höher, es ist, wie sage ich immer, passend zum Corona-Gedöse, mal gucken, ob heute wieder ein Regenbogen kommt, mal sehen, aber Moment, ich habe auch keine Brille auf, sehe ich alles bloß halt, ja, ich sehe gerade, das Stativ, das steht ja mehr wie schief, aber ich will jetzt bloß nie zu viel rummachen, oder ich habe einen Durchblick nicht richtig, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, was hier wieder los ist. Ja, die hat gerade irgendwelche Fehler angezeigt, die Kamera, weiß auch nicht, warum, ja, jetzt wird es wieder schön, es war bloß eine kleine Wolke, aber so ist das Wetter heute, man sieht es an den Bäumen, ja, es kommt wieder die Sonne raus, könnte man denken, es wird wieder Sommer, aber so ist das nochmal, kann man nichts machen, ja, und das im Mai, hat wieder jemand nicht aufgegessen, ja, der Wetter bricht von heut, gesagt wurde ja, hier wird's, Donald, Donald. Ja, mehr habe ich heute nicht zu bieten am Wetter, auch mal sehen, man sieht es so ganz leicht, ich gehe mal ein bisschen näher ran, hier andersrum, so ganz leicht, ja, man sieht es so einen ganz leichten Regenbogen, ja, so ein Doppelser ist das, aber leider nicht so schön wie letztens, ja, es ist wieder so richtiges Sauwetter, ich werde mal nachher erstmal ein kleines Bierchen aufmachen, oder ein großes, kleines Bierchen, und den abends ein bisschen ausklingen lassen, aber das ist erstmal der Wetterbericht wieder für heute, so, bisschen rum, so, da würde ich sagen, war's wieder, ja, es kann sein, vielleicht in anderen Teilen vom Lande haben die Leute besser aufgegessen, da kommt Sonnenschein, 30 Grad, baden gehen, weiß ich nicht, aber hier zumindest seht ihr ja das schönste Wetter, was ich wieder gehen kann, und immer dann, wenn man gerade unterwegs ist, wenn man gerade aus dem Auto aussteigt, gerade mal hoch gehen will, geht's los, jetzt bin ich oben, hört's wieder auf, naja, gut, ist nochmal so. Es wird es wieder auf, naja, gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kennt ihr euch wieder gefallen? Ja, die Wolken doch nicht sein. Well, ein Böses Böses gibt es da. Ja, das ist ein Böses Böses. 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 Ja, das ist ein Böses. Ja, das ist ein Böses.